herzlich willkommen hier bei grenzlandmarkt die acht grenzlandmärkte stehen schon seit jahren stehen die bekannt um ihren riesen assortiment an feuerwerk die haben unter anderem wände voll mit feuerwerk und natürlich ist auch europas nummer eins wiko ist natürlich vertreten bei grenzlandmarkt ja die haben bei grenzlandmarkt ein wahnsinns assortiment unter anderem an batterien hier nun eine ganz kleine auswahl an batterien aber die haben 100 verschiedene sorten so für jeden portemonnaie ist etwas dabei von ein paar euro bis zu 100 euro wenn sie wollen kein problem aber die haben natürlich viel mehr die haben auch knallkäufer sprühfeuerwerk und leuchtfeuerwerk und natürlich ein riesen assortiment an raketen hier habe ich zum beispiel einen diesen hat 254 schuss dauert 50 sekunden und die effekthöhe ist ungefähr 35 45 meter hier auch so ein toller hier haben wir 61 schuss 80 sekunden und 35 wieder 45 meter hoch aber das große vorteil ist sie brauchen das nur einmal zu zünden so das bedeutet nicht dass es weniger puff und weg ist nee das geht alles schön die reihe nach und das ist dann das feuerwerk eigentlich kann man sagen es ist wie die profis ist auch machen das sieht natürlich klasse aus und wenn sie ihren nachbarn stinke sauer machen wollen dann bestellen sie bei grenzlandmarkt so einen tollen batterie das ist natürlich absolut klasse hier haben wir 268 schuss das dauert 160 sekunden dauert das das ist natürlich absolut klasse und das auf ihre sylvester party mal hochgehen zu lassen ja absolut das sieht natürlich gewaltig aus oder diese hier auch so schön so schön großen so ein riesen auswahl haben sie bei die acht grenzlandmärkte und wo finden sie die acht grenzlandmärkte einfach mal nachgucken auf die homepage www.grenzland-markt.de da finden sie adressen und telefonen und sie werden bei die grenzlandmärkte wenn sie persönlich beraten so kommen sie vorbei und natürlich haben all diese feuerwerke haben all diese bekannte bam nummer so auch super qualität von weko die europas nummer eins im feuerwerk weko sie wissen es das ist nun firma die teilweise noch in deutschland produziert und teilweise in china produziert so absolut top qualität im feuerwerk und die finden sie alles ja bei grenzlandmarkt jawohl und da sind riesen auswahl wie schon gesagt wendevoll nicht nur batterien nicht nur knallkörper licht und sprühfeuerwerk auch eine wahnsinnige qualität auswahl haben die in raketen so wie schon gesagt auch das ist hier noch eine kleine auswahl aus der riesen assortiment von raketen was die haben bei grenzlandmarkt so ich würde sagen jetzt zum grenzlandmarkt kaufen sie da ihr feuerwerk und dann einen guten rutsch im neuen